Hugo, kannst du bitte nochmal so schnell wie würdig diese Melone essen? Ja, du fühlst es doch, gell? Ja, bisschen runter. Drei, zwei, eins, go! Das ist wirklich so ein Bier wert, ich kann nicht mehr. Ey, ich glaub ich würd's so machen. Ich hab nicht mehr so viel, aber ich würd so runterziehen, genau? Warte mal. Okay, zehnmal runter. Drei, zwei, eins, go! So, ich mach's schneller. Mh, 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 mh. Oh ja, das ist nicht stress, das ist nicht stress, safe. Ey, ich wünsch dir halt, mein Arsch wär diese Melone, ne? Du machst das ekelhaft, Digga.